Ich habe schon erwartet, dass es relativ hart wird, aber auch, dass es Spaß macht und das hat sich halt alles bestätigt. Die Mischung macht es. Während dem Training wird schon ordentlich gearbeitet, muss das auch sein, aber sonst alle total nett, freundlich, höchstbereit. Wenn man eine Frage hat, kann man immer zu den Trainern kommen. Super Atmosphäre. Also ich habe noch nie in meinem Leben einfach nur eineinhalb bis zwei Stunden nur vorhanden Training gemacht, aber ich finde es halt richtig gut, dass man das dann hier mal macht, auf eine Seite sich konzentriert und dann auch mal ein ganzes Training dafür aufhören. Für Großen und Ganzen haben sie mich technisch eigentlich bei den Kleinigkeiten verfeinert. Das Konditionstraining ist sehr außergewöhnlich, weil ich zu Hause bei meinem Verein auch keins habe. Während dem Training wollen wir natürlich starben, aber danach denkt man sich, ja, ich habe es geschafft. Ich kann auch stolz aus sich sein, dass man das durchzogen hat. Es ist auch mal gut, das zu spüren, wie das denn ist, so wenn wirklich mal alles rausgenommen wird aus dem Körper. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Und das ist alles gut. Das ist alles gut. Das war's wirklich gut. Die Frage ist eigentlich. Du kannst. Vielen Dank.